Musik Hallo, guten Morgen. Es ist heute Sonntag und wir sind auf dem Weg nach Mainz ins ZDF-Sendezentrum. Meine Schwester hat uns nämlich Karten geschenkt für den ZDF-Fernsehgarten. Wir sind allerdings zu viert. Burkhard ist hier. Burkhard ist mit, der ist der Fahrer. Meine Schwester ist mit und die Luise. Wir stehen aktuell auf dem Rastplatz und warten, bis die Luise mit meiner Schwester von der Toilette kommt. Die sind gerade mal auf Toilette gegangen. Aktuell regnet es noch, was ich eigentlich sehr schade finde. Aber es soll bis 11 Uhr der Regen aufhören. Ich muss überhaupt mal gucken, was ich mitfilmen kann, weil ich habe irgendwas gelesen, man darf nur für den privaten Gebrauch filmen. Ich schau mal, was ich machen kann und inwieweit ich euch mitnehmen kann, weil Probleme brauche ich jetzt nicht. Ich möchte da keinen Trappel bekommen. Aber ich gucke mal, ich würde euch so gerne ein bisschen mit durch den Tag nehmen. Und irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Auf alle Fälle ist das Thema 90er Jahre. Und ja, wir werden mal schauen. Ich wünsche uns und auch euch viel Spaß. So, wir haben jetzt beschlossen, wir halten jetzt nochmal an einem Rastplatz an, weil hier gibt es einen Aussichtsturm und da hat man einen schönen Blick über Frankfurt. Kann ich hier weiter frei fahren? Ich hoffe es. Nee, Quatsch. Nee, du fährst denn hin? Ich kann hier nicht. Nee, fahr doch da rüber. Ja, wir haben gerade leichte Orientierungsprobleme, aber sonst geht es alles gut. Also wir gehen jetzt mal hoch auf diesen Turm und schauen mal, ob wir überhaupt was sehen von Frankfurt. Ein bisschen was haben wir schon. Ein bisschen Blick haben wir schon erhascht. Und viel Zeit haben wir auch nicht, aber wir probieren es halt. Wir wollen ja was sehen. Achtung, jetzt geht es nach oben. Wir sind jetzt mal faul. Wir fahren mit dem Fahrsturm. Ich habe Angst. Wir sind die ältere Generation. Also. So viel Anstrengung muss heute noch nicht sein. Okay. Ja, sehr viel sieht man nicht von... Wir haben ja jetzt gerade den Turm dazwischen. Ja, naja, viel sieht man. Normalerweise müsste man das besser sehen, aber das Wetter ist halt auch nicht. Es regnet ja auch. Aber ein bisschen was sehen wir. So, jetzt geht es wieder runterwärts. Achtung. So. Los geht's. Fangen wir wieder abwärts. So, dann werden wir wieder abwärts. Musik So ihr Lieben, ich hoffe euch hat der Tag ein bisschen gefallen. Wir sind wieder zu Hause. Ich konnte leider nicht so viel mit filmen, aber das Beste habe ich euch doch denke ich zusammengeschnitten. Ich hoffe es hat euch gefallen und dann tschüss bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik